Hallo ihr Lieben, heute ist es endlich soweit, Jenseits des Lichts kommt raus, heute Abend um 18 Uhr auf twitch.tv slash thebadbeard bin ich selbstverständlich live und wir gucken uns das Ganze an, ich werde wahrscheinlich die ganze Woche mehr oder weniger streamen, ich habe mir extra ein bisschen Zeit genommen, falls wir etwas länger auf das Update warten müssen, dann haben wir auch noch was Besonderes für euch, wir werden wahrscheinlich ein kleines Unboxing machen, ich hatte nämlich ein Paket von Bungie im Briefkasten hier, das ist ganz genau die Collectors Edition von Jenseits des Lichts, die packen wir gemeinsam aus, das war halt nicht alles, ich habe auch noch hier den Ja der Hase, wir haben auch ein kleines Unboxing, ja wir hängen rum, quatschen über das DLC, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, lasst ein Follow da auf twitch.tv slash thebadbeard und wir sehen uns heute Abend.